Willkommen zurück zu Wizen Zero Dawn. Ich bin euer Fierobo und... Wenn auf jeden Fall dieses Vogel da noch kämpfen bist, ei ei ei. Da bin ich ja mal gespannt. Können wir mal eben schnell hier gucken, was haben wir denn hier noch alles eigentlich? So, gehen wir erstmal hier in das Gebiet würdest du sagen, oder? Ja, machen wir erstmal hier so ein bisschen, machen wir zumindest mal den langen Hals würd ich sagen. Das können wir als erstes machen, den langen Hals. Ist so ne gute Idee, oder? Wenn wir den haben, ist da hier, glaub ich, eh alles aufgedeckt und dann können wir da auch langsam alles abklappern. Stück für Stück und da kann man noch nicht durch, hier kann man nicht rein, genau. Wir müssen dann irgendwie das Eis kapatt kriegen. Haben wir irgendwas? Scheinbar nicht. Okay, gut. Ui. Ach, Quatsch. Oh, dieser riesige Vogel. Ich habe übrigens auch mal einen Trick gesehen, wie man Gegner ganz leicht kaputt machen kann, ey. Das ist echt, dass ich auf diesen Trick noch nie vorher gekommen bin. Ist auch schon ein bisschen komisch eigentlich. Äh, ja. Dann jumpen wir mal hier ran, würde ich sagen. Ui. Ui. Weil das macht Spaß. So, und vom Schnee in der Wüste. Auch interessant, finde ich. So, wo wir befinden wir uns hier auch, laufen wir gerade den Weg hier runter. Okay. Hier haben wir schon mal Spider-Spindchen. Hier haben wir wieder ein Jagdgebiet. Achja. Jagdgebiete gibt es da auch wieder. Da ist dieser riesige Vogel. Aber ich bin echt interessiert daran, diesen Vogel zu... ...killen. Was haben wir denn da? Er hat uns schon gesehen? Nein, hat er nicht. Ah, das Gebiet sieht aber schön aus. Ist doch eine Wüste, aber es sieht schön aus. Oh. Warum greift der mich an? Ach, der Vogel kämpft gegen die. Ah. Sind wir Menschen? Ne, der Vogel greift die an. Okay, ist das ein böser Vogel? Jetzt können wir ja gegen den mal die Taktik anwenden. Da haben nämlich ganz viele hier übereinander. Guck mal wieviel wir einfach machen. So. Das hat sie nicht erkannt, okay. Da müssen wir den irgendwie noch runter holen. Wie hab ich den runter geholt gekriegt? Okay, das weiß ich jetzt gerade gar nicht mehr. Habt ihr jetzt alle hier kaputt gemacht? Scheint so ein bisschen, ne? Wir locken ihn, glaub ich, einfach mal an. Wenn wir ihn treffen. Okay, er reagiert nichtmals drauf. Ich glaub, wir treffen ihn nicht. So ein flinker Flieger. Geht auch nicht. Bin ich echt gerade so scheiße? Wir treffen ihn einfach nicht. Der reagiert aber auch nicht drauf. Ist ja wirklich sehr gut. Gut. Oh, hier gibt's mehrere von denen. Okay. Ah, jetzt reagiert er auf mich. Äh. Okay, was machst du da? Jetzt haben wir getroffen. Nice. Okay. Jetzt haben wir getroffen. Nice. Wir haben nicht die Reichweite, um ihn zu treffen. Was seht ihr, ne? Was hast du denn? Kannst du den mal scannen? Ich guck den auch irgendwie nicht. Okay. Beziehungsweise nicht. Okay. So. Okay. Der kommt aber auch nicht her, ne? Ja, komm doch her. Wir treffen ihn so nicht. Jetzt hab ich hier ne Falle aufgebaut für ihn und der kommt nicht her. Find ich schon gemein. Dann nehmen wir halt hier mal die dritte mit. So. Der ignoriert uns ja einfach. Na du? Ah, das sieht schön aus. Ich hab schon wieder so viel versucht, aber nix geschafft irgendwie. Schön leise jetzt. Na du? Ach, überlebt das doch noch. Ne, tut er nicht, hä? Was denn jetzt? Ach, die haben alle nur halbes Leben. Na komm her. Hier komm. Wie hat der mich gesehen? Loll. Okay, wir hören uns besser mal. Also brauche ich schon wieder so viel. Heilung. Okay, cool. Da ist meine Capture Card irgendwie so gut abgekackt. Gut, da sind wir wieder. So. So, kannst du bitte Großbild machen. Danke. Gut. Ich weiß, was immer das jetzt war, weil meine Capture Card gerade einfach mal nicht mehr wie scheint. gut. Gut. So, wir haben wenigstens da ein bisschen Schaden gemacht. Wirklich nur ein bisschen. Äh, so. Dann probieren wir das einfach nochmal hier. Einfach mal was können. Ich will aber nicht wissen, wie viel Leben hat der denn, ey. Okay. Das wäre echt wieder so ein Tyrann der Welt irgendwie. So, die braucht extrem lange nachzuladen, natürlich. So. Irgendwas klingt, was bettelt das hier gerade? So. Äh, ich glaub der will mich mobben, kann das sein? Okay, er macht einfach mal einen Bombenangriff. Das sind Menschen, oh. Ich schaff mal keine Befreundeten. Wie weit möcht' ich denn noch zu dir kommen, Mann? So, dass ich gerade die guten Pfeile verballert habe. Ich weiß nicht, wer ist das hier? Ich weiß nicht, was ich eigentlich hier verbringe. Oh. 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 Und jetzt hat er uns. Na? Er ist mitten reingelandet und er hat nur die Hälfte an Schaden bekommen. Shit. Äh, wir gehen mal eben Maschinen. Wo bist du? Da bist du. Was hast du denn? Äh, Loh und Feuer. Abriss, Abriss. Eisbelder ist Eisschwäche. Diese Ironie irgendwie. Kann ich dir? Aua. Soll ich vielleicht nicht unbedingt da wieder reinlaufen? Aua. Treffen wir? Scheiben wir nicht. Wow, 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 wow. Ja, ich glaube, wir killen die nicht. Ich glaube, wir machen uns noch mal ein bisschen vom Acker und machen noch mal einen neuen Plan. Ups, das war immer zu viel. Ach stimmt, ich hätte mit dem Seil, mit der Seilbinderchen fangen können, ne? Da reinlinken können. Wir wissen ja jetzt inzwischen, was der braucht. Ach, hallo, Händler. Ich bin gerade nur ein bisschen am Kämpfen. Haben wir die Seilbinder ausgerüstet? Nein, natürlich nicht. Äh, Inventar, Waffen. Äh, Seilwerfer, den da braucht, ne? Den da, äh, bitte mal hierfür, danke. Danke. Okay. Er hat sich wieder irgendwelchen anderen Geschäften gemacht, aber okay, wir brauchen ihn. Ziemlich faszinierend, dass er das soll uns immer jetzt noch jagt, scheiße. Ups. Er sieht uns gerade nicht. Und er trifft mich, natürlich. Bitte schieß nicht. Ja, es geht nicht zu uns. Danke. Dann brauchen wir nochmal hier eine volle vor. Extra nur Fäden, ey. Da wollen wir ja echt... Wie viel hatten wir jetzt gerade? Sechs Stück, oder sieben Stück, ne? Dann müssten wir den jetzt... Ich mach die beiden mehr. Muss ich sagen. So. Hallo, hier bin ich. Kommst du doch zu mir? Aua. Wie hat sie ihn runter? Aua. Na los, geh runter. Und er geht nicht rein, oder was? Haps. Haps. Falscher. Ach, nö. Lamm greift mich an. Schade. Na, komm her. Na, komm her. Na los, komm. Komm her. Ja, genau. Lauf da lang. Lauf da lang. Hier bin ich. Na, komm. Ich will einfach nicht herkommen, hab ich das Gefühl. Oh man, oh man, oh man. Ah, fick den. Komm her, du Schessi. Und wenn er da oben ist, kann ich ihn nicht treffen, ist das Problem. Ich treffe ihn nicht mal mit meinen Pfeilen. Wtf. Komm da runter. Du Arsch. Oh, jetzt kommt er. Aua. Der kommt, greift an. Er hat, er hat, er hat's kaputt gemacht, oder was? Würdest du mich doch verarschen. Was ist das denn bitte? Das ist ja voll der Boss, echt. Ja, wusste ich ja schon vorher, aber... Das ist hart. Halt mal still. Oh mein Gott, ey. Bitte so Heilung. Natürlich nicht. Es hat all meine Fallen überlebt. Ey, wie viel Fallen wir ihn in ihn reingedrückt haben und er hat immer noch so viel, extrem viel Leben, ey. Das ist jetzt... Das ist jetzt echt ein Monster. Oh, bitte seh mich nicht. Scheiße. Bitte greif mich nicht an. Nein. Fick dich. Na, bitte treff mich nicht. Sehr schön. Warte ich nämlich hier noch eine Falle für dich vor. Kleines Arsch. Ich frage mich nur, wie viel Dinger er fressen kann. Schau jetzt alle einfach hier hin. Sehr schön, komm, um seine Vieh zu töten, verbrauchen wir die ganze Folge und all unsere Ressourcen. Kommt mir das zumindest gerade vor. So, und so. Dann haben wir noch ein bisschen Feier hier hin. Könnte ich sagen. So, und jetzt hoffe ich einfach mal, dass ich ihn jetzt kriegen werde. Hier, schieß auf dich, du Arsch. Komm her. Oh, wie er instant abhebt. Aber richtig schade. Was greift der da an? Ich habe irgendwas Gutes getroffen. Das sind schon wieder welche Jäger. Das, die haben ihn zum Schlafen gebracht. Na, dann komm mal her. Ich hoffe, ihr jagt mich. Das ist ein Monster. Na, komm her. Aua. Aua. Will ich ihn einfach nicht treffen, oder was? Was haben die Dinger denn für eine Reichweite? Wie viel kann er kaputt machen? Ich habe ihn down. Er ist wirklich da reingelaufen. Und plopp. Alter Schwede. Okay, erstmal. So, erstmal jetzt hier wieder neue Sachen machen. Ups. Das wollte ich eigentlich nicht, aber gut. So. Was kriegen wir von dir? Eigentlich drei. Jawohl, nämlich drei hier. Äh, Lila, ne? Kriegen wir von dir. Maschinenkern, Kristall geflasht. Ja, wir haben es endlich bekommen. Kristall geflasht. Das haben wir gebraucht. Können wir uns jetzt alles kaufen, was wir wollen. Ich glaube, da hinten war noch so einer, ne? Oh, nee. Ey, das ist so totbringend. Ich weiß ja, was da hier für Monster rumlaufen. Ich weiß nur, hier sind richtige Monster unterwegs. Wenn man es wirklich richtig harte Monster hat. Ah, da ist so ein Sägezahn, wie da Pimperlitz gegen. Müssen wir einfach mal ganz klar sagen. So. Bisschen Holz können wir euch auch wieder gebrauchen, oder? Ja, wir haben ein bisschen Holz verballert. Bisschen viel Holz. Aber passt schon. Du wirst mir sicher noch nützlich sein. Ja, wir brauchen auf jeden Fall jede Menge Heilung wieder. Ei, 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 ei. So, wir wollten aber eigentlich zu dem langen Hals, ne? Ich müsste dafür in die Richtung. Gehen wir doch mal in die Richtung, würde ich sagen. Weg deinen... Holen wir uns alles, was wir uns holen können. Hat er die Menschen da eigentlich umgebracht, oder? Wir müssen doch, dass wir uns bei den Menschen, die wir da sehen, leben doch noch. Dass wir da nix irgendwie von den kriegen, oder so. Ist denn hier irgendwie was? Achso, ne, hier geht es einfach nur hoch. Zum Jagdgebiet, glaube ich. Oder, oh, einer ist, glaube ich, draufgegangen. Schade. Aber naja, kann man nix machen, ne? So, rennen wir mal hier hin. Kletter, Eloi, kletter. Ich kenne mir irgendwie was cooles noch. Hallo. Genau, wir können das mal speichern. Äh, genau. Da ist das Speicherding. Der hart gesiegte, äh, hart erkämpfte Kamp. Der hart erkämpfte Kamp. Und da haben wir so... Viecher... Oh, wir sind so badass. Der hart, äh... Hart, äh, hart erkämpfte Sieg. Natürlich nicht der hart erkämpfte Kamp. Der Kamp war hart, aber nicht hart erkämpft. So, hast du denn irgendwas Tolles, Neues für uns vielleicht? Das ist eine Schattenschleule. Die können wir uns jetzt sogar leisten. Aber nein. Äh, ich hätte, glaube ich, glaube ich, glaube ich, die Klamotten hier haben. Schau mal, die Klamotten. Da. Äh, was haben wir denn da? Äh... Sehr, sehr, sehr Nietenleder. Achso. Osrim. Sieht ziemlich kacke aus. Nora. Bauen dafür Panzerwanderer. Er hat so. Müsste nur eine Nora kriegen. Äh... Nahtkampfangreifer, okay. Die haben wir an. Oder nee, die haben wir. Haben wir die an? Habe ich die an und habe nichts dafür ausgerüstet? Wisst? Doch, wir haben dafür ausgerüstet. Okay, gut. Ich wollte schon sagen. Gut, da haben wir eigentlich schon eine relativ gute, äh, dabei. Weil wir kriegen noch von dir eine Gratisschatzkiste. Die will ich auf jeden Fall haben. Äh, Munition. Äh, brauchen wir eigentlich gar nicht, ne? Ne, haben wir eigentlich alles, äh, was wir bräuchten. Was vielleicht? Heilpflanzen? Natürlich nicht. Rohstoffe. Äh, Schnellreisepakete können wir eigentlich schon verkaufen. Draht haben wir kaum noch welche. Oh, das haben sie dann. Ach, übrigens ist auch jetzt eine neue Version. Raus. 1.1 haben wir jetzt. Zünder haben wir genug. Äh, Lohn haben wir auch noch genug. Holz haben wir auch noch genug. Echholzen haben auch noch genug. Ich schatt. Gut, und das haben wir schon bereits. Brauchen wir nicht. Gut verkaufen. Wollen wir jetzt mal gar nichts. So, gut. Äh, bäbäbäbäbäbäbä. Oh, diese Viecher sind, gegen die müssen wir da noch kämpfen, ne? Irgendwo da hinten. Hinter dem... Hinter dieser Schlucht. Ja, hinter dieser Schlucht. Oh, ist doch noch ein ganz gutes Stück, ey. Wenn ich nicht erwarte, dass es doch so weit ist. Wenn ich ehrlich bin. Oh, liegt der langen Hals. Ah, hier kann ich runter einfach gehen. Tut mir leid, Rutan, aber... Ich kann ein Fleisch, glaub ich, gut gebrauchen. Hier nehmen wir natürlich auch noch die Heilung mit. Ach, okay, du Rutan, darfst leben. Heilung, was haben wir denn hier? Ein toter Wächter. Zack, hat ein paar Metallschirmen für uns. Reh brauchen ganz viel Heilung. Jetzt die Frage, muss ich... Gehe ich hier lang, oder gehe ich hier lang? Ich glaube, ich gehe in die Richtung, ich gehe hier lang. Da habe ich zwar wahrscheinlich auch so einen großen Vogel oder so, aber hey. Nehmen wir einmal ein großer Vogel als... Katsch. So schön. Was haben wir denn da bekommen? Tierschädelt alles, Manu. Okay. Ich sammle einfach mal auf der Hoffnung, dass es... Äh, Heilung ist. Obwohl hier ist Heilung wieder rot. Wie ich immer nur weiß, da sind Panzerkrabben. Sieht irgendwie so klein aus. Ja, meine ich das nur. Panzerwanderer. Sieht so klein aus. Okay, es sind jetzt mehrere, aber... Hm. Ich muss den Kampf gewinnen. Ich geh jetzt nicht mehr aus. Ich geh jetzt nicht mehr aus. Warum greifen die eigentlich alle mit Elektro an, das freu ich mich. Wäre schön, wenn ich ein bisschen schneller ziehen könnte. Warum laufen die eigentlich alle weg von mir? Ich bin gerade zu doof zum Treffen. So, der kann sich jetzt nicht mehr verteidigen. Bäm. Aua. Stell dich nach doof an, Fio. Bess. Endlich, danke. Okay. Sollte alle jetzt mad auf mich? Nee. Hallo? Der ist sich ein bisschen verarscht. So, jetzt haben wir sie endlich tot. So, dass wir hier alles looten, würde ich sagen. Woa. Woa. Habe ich gerade das Ding kaputt gehauen von ihm? Das wäre, wenn wir ein bisschen dumm. Von mir aber, naja. So, haben wir den Kampf auch blöse stritten und gewonnen. Haben wir den Panzerwanderer jetzt? Haben wir den nicht bekommen. Nice. Das braucht wir nämlich auch noch für irgendwas. So, ein bisschen Hals. Nix besonderes. So, was sagt denn die Uhr? Nützlich für eine alte Rezeptur. Gut, erstmal brauchen wir erstmal neue Pfeile, würde ich sagen. So. Gut. Dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Wenn es wieder heißt, weisen Sie Wodorn. Ich bin euer Ferrobo. Warte rein. Ciao, ciao. Wolf. Hallöten Wieidel Heit ja Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020